Mein Name ist Raphael Baumgartner, ich bin verantwortlich für Nachhaltigkeit bei der DIGEL AG und ich darf heute vorstellen ein tolles Projekt, was wir bei der DIGEL AG hier am Standort in Nargold umgesetzt haben. Wir kümmern uns hier relativ viel um Nachhaltigkeit, hauptsächlich was Energiegewinnung angeht. Dieses Projekt stand jetzt aber im Zeichen der Biodiversität und der Vereinung von ökologischen und sozialen Aspekten am Stand. Jetzt stehen wir vor dem Teil der Biodiversität im Rahmen der Wiese und des Umbaus, den wir hier in Nargold getätigt haben. Biodiversität haben wir auf verschiedene Arten und Weisen hier im Projekt integriert. Das ist zum einen ein Teich, was zum Beispiel auch Vögeln oder anderen Tierleben hier in der Gegend oder hier in dem Bereich wirklich zugutekommen. Zum anderen ist es eben Totholz und Steine, wo auch Käfer und andere Kleintiere Schutz suchen können. Darüber hinaus werden wir auch die Wiese erweitern durch verschiedene Bäume, Sträucher und Pflanzen, wo auch andere Tiere und vor allem Bienen einen Vorteil daraus ziehen können. Als besonderes Highlight haben wir auch unseren einmillionsten Baum hier auf der Wiese integriert. Seit 2020 pflanzen wir Bäume in Abhängigkeit von der Menge unserer verkaufsten Stückzahlen ab Lager. Begonnen unsere Partnerschaft haben wir mit Idem Projects. Inzwischen arbeiten wir mit Veritree zusammen und kommen inzwischen auf über 1,5 Millionen gepflanzte Bäume. Um das ganze Thema den Mitarbeitern näher zu bringen, haben wir deswegen auch unseren einmillionsten Baum symbolisch hier in der Wiese integriert. Begonnen unsere Art und Weise. Viergült Lager 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 Lager